Wir müssen uns taktisch super aufstellen, wir müssen schlau sein, wir müssen unsere Kräfte gut einteilen und den Gegner trotzdem, so wie das in Sandhausen auch gemacht haben, unseren Stempel aufdrücken und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung und da brauchen wir wirklich all unsere Energie, die in uns steckt und damit das am Freitag erfolgreich wird.